Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Plane Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten, nächsten Line-Rennen. Und dann schauen wir mal, was das jetzt bringt. 4,67 Kilometer lang, etwa so lange wie die letzte Strecke jetzt auch gestern. So, da geht die Reise. Ja, machen wir das. Die Vorgabe ist 3 Minuten 09. 5, 4, 3, 2, 1, los, rechts, 4, überpuppe, durchsenke, mittig halten, überpuppe, rechts halten, überpuppe, links 3, nicht schneiden, rechts 4, geht links 6, nicht schneiden, 60, links 6, durchsenke, links 4, überpuppe, durchsenke. Links 6, mittig halten, überpuppe, links 6, überpuppe, links 6, überpuppe, links 6, durchsenke, links 4, überpuppe, durchsenke. Links 6, mittig halten, überpuppe, links 6, bis 7, zwischen 6, bis 7, zwischen 6, bis 7, links 6, überpuppe, links 6, überpuppe, links 5, rechts 4, überpuppe, links 6, durchsenke, links 6, durchsenke. Links 3, nicht schneiden. In links 6, durchsenken. Links 4, überpuppen. Nicht schneiden. In links 6, durchsenken. Rechts 5, überpuppen. Links 4, langen. Kupfer, rechts 2, links 5. Rechts 6, durchsenken. Rechts 4, Kupfer, vielleicht strunten. Nicht schneiden. Rechts 6, überpuppen. Links 5, rechts 5, überpuppen. So, müssen wir mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen Gas geben, dass wir hier ein bisschen Zeit wieder ein bisschen drauflegen müssen, plus machen. Sieht aber sehr gut aus, wir sind gleich schon im letzten Teil hier. Wieso, das Rennen wird ja mal einiges länger werden. Rechts, rechts, vier, links, fünf, rechts, zwei, links, drei, rechts, vier, in offene Kehre, links, lang, durchsäcken, nicht schneiden, in rechts, sechs, links, halb, überwinden, rechts, fünf, rechts, zwei, links, drei, rechts, vier, in offene Kehre, links, lang, durchsäcken, nicht schneiden, in rechts, sechs, links, halb, überwinden, rechts, vier, rechts, vier, rechts, 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 rechts So, hier haben wir das auch hin. So, die Sorge haben wir jetzt im Platz, also passt das. So, dann haben wir das heute auch. So. So, 10,87 km. So, da ist jetzt die nächste Strecke lang. Jetzt warten wir hier wieder alles geladen hat, das kennt man ja. Es geht über den Carlo Lake. So, geht los. Ach, was. Wissen Spucken, funktioniert das Ganze wieder. So, let's go. So, wir müssen aufpassen, nicht irgendwie eine Zeitschraube oder so einholen. Das wäre das letzte Rennen für heute. Ich sehe da immer nur zwei Rennen. So, geht es. So, wir müssen aufpassen. Rechts 4, Kuppe, vielleicht Gumpel. Rechts 6, über Gumpel. Links 6. Rechts 5, links 5, Überfälle. Achtung, Kuppe, rechts 1, links 4. Rechts 6, durch Senke. Rechts 4, Kuppe, vielleicht Gumpel. Rechts 6, über Gumpel. In links 6, durch Senke. Links 4, über Gumpel. In links 6, durch Senke. So, ja, jetzt hier gerade wird über 100 Kamer durch den Wald durch. Links 6, in offener Kehre, rechts, Lach, durch Senke. Links 4. Rechts 3, in links 2, Kuppe, rechts 4, links 1, Wände, Senke, nicht steigen. Bauen. Links 5, rechts 6, 80, rechts 4, links 1, Wände, Senke, nicht steigen. Rechts 5, über Gumpel. Links 5, rechts 6, links 6, rechts 5, links 5, über Gumpel. Achtung, Kuppe, rechts 1, links 4, 100. Rechts 4, links 1, Wände, Senke. Rechts 5, rechts 5, über Gumpel. Achtung, links 5, links 5, links 5, links 5, rechts 4, über Gumpel. Achtung, links 5, 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 links 6, links 5, links 6, links 5, links 5, links 5, links 5, links 5, links 6, links 5, links 5, links 5, links 5, links 6, links 6, links 5, links 5, links 6, links 6, links 5, links 6, links 6, links 6, links 6, links 5, links 6, links 6, links 5, links 6, 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 links 6 Kuppe, sofort rechts, 2. In links, 1. Rechts halten, über Kuppe. In links, 2 lang. Achtung, Kuppe, sofort rechts, 1. In links, 6. Kuppe, 60. In rechts, 3, über Kuppe. Links, 5, Senke. Rechts, 3. In links, 2, durch Senke. Links, 4, über Kuppe. Rechts, 5, 80. Kuppe, sofort rechts, 2. In links, 1. Rechts, 1. Schlupfe. In links, 2 lang. Achtung, Kuppe, sofort rechts, 1. Linkstein, links, 7. so wie es ist wir haben ja wenn wir mal die tuff sind 16 und 17 sekunden ich soll sie da aufpassen das hatte ich hier zu oft gegen die weiten baumsegeln das war so zu schwer beschädigen dass wir nicht weitermachen können aus der scheiße eng bei den geschwindigkeiten hier in offener kehre rechts lang durch senken links 4 rechts 3 links 2 rechts 5 links 4 in 90 grad links links 3 rechts 5 links 6 überwunden links 6 überwunden rechts 3 links 6 überwunden rechts 6 60 durch senken links 3 links stein rechts halb überwunden rechts 6 60 durch senken links 3 rechts halb überwunden nach senken überwunden so voll kommende kehre rechts innen halten rechts 6 100 rechts 4 links 1 rechts 5 rechts 5 überwunden links 5 rechts 6 durch senken links 6 durch senken links 1 links 1 kopf weg schneiden rechts 2 lang links halten überwunden rechts 1 lang wagen rechts hoch chaîneются rechtsilled Hahgen rechts links links rechts 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 links Ich stehe bald durch hier. Aufstand des Momentan bei 39 Sekunden. Jetzt geht es hier links rum. Hoffentlich müssen wir es größer in 51 Sekunden. Ja, wir sind bei fast einer Minute plus. Ich meine, es ist gut, wir müssen auch die 9 Minuten auch packen. Ich halte, überpumpe, rechts halte, überpumpe, links drei, rechts vier. In links sechs, und dann weiß ich, übermelde, sofort auf der Kehre, rechts, innen treten, rechts sechs. Links sechs, überpumpe, links sechs, übermelde, rechts drei, links sechs, überpumpe, links sechs, durchsenke, bis ziel. So, den habe ich dann auch geschafft. Wir haben leider nicht die Minute gepackt, tatsächlich. Aber dann sind es 55,5 Sekunden, die wir tatsächlich auf unseren Rivalen geholt haben. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So, gut. Das war das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Dann morgen um 14 Uhr. Bis dahin, oder wiedersehen bei Let's Play 3. 4. 4.